Robert Stadlober ist ein österreichischer Schauspieler, Synchronsprecher, Musiker und Sänger. Seinen Durchbruch hatte er 2000 als halbseitig gelähmter Internatsschüler Benjamin Lebert in dem Spielfilm Crazy. Privatleben Robert Stadlober wurde im August 1982 als Sohn eines Elektrikers in Friesach geboren und wuchs zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Anja Stadlober zunächst in Puchfeld bei Scheifling in der Steiermark auf einem Bauernhof auf. Nach der Scheidung der Eltern zog er mit seiner aus Deutschland stammenden Mutter und seiner Schwester nach Berlin, wo er u. a. eine Waldorfschule sowie eine englische Privatschule besuchte. Im Alter von 15 Jahren beendete er vorzeitig die Schule, um sich dem Schauspiel zu widmen und bezog eine eigene Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Im Jahr 2000 zog er nach Hamburg St. Pauli. Ab September 2001 lebte er zeitweise in Barcelona. Stadlober ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er lebt gegenwärtig in Wien. Karriere Schauspiel und Synchron 1995 gab Stadlober an der Seite von August Zirner und Saskia Wester unter der Regie von Sigi Rotemund in der Rolle des Christoph Heinke, dem Sohn eines geschiedenen Kripo-Beamten, sein Filmdebüt. 1996 besetzte ihn Rotemund erneut für seinen Thriller Nach uns die Sintflut, wo er als Benjamin Rittberg den Filmsohn von Leslie Malten und Peter von Strombeck verkörpert. Er übernahm Ende der 1990er Jahre wiederholt Gastrollen in Fernsehserien wie Alarm für Cobra 11 die Autobahnpolizei, Hallo, Onkel Doc, Der letzte Zeuge, Schiemanski und Bella Block. Seit 1999 gastiert er in mehreren Folgen verschiedener Ermittler der ARD-Krimireihe Tatort, wie U. A., in der Folge Licht und Schatten von Ballauf und Schenk, Der Teufel vom Berg von Moritz Eisner und Hydra von Faber, Bönisch, Dalai und Kossik. 1999 war er in Mattige Schonex Polizeiruf 110, Mörderkind in der Titelrolle des 13-jährigen Außenseiters Marc Sommer sowie als Rolling Stones-Fan und Plattenliebhaber Wuschel in der Ostalgie-Komödie Sonnenallee in seinen ersten größeren Rollen im Fernsehen und auf der Kinoleinwand zu sehen. Mit der Darstellung des 16-jährigen Querschnitts gelähmten Internatsschülers Benjamin Lebert in dessen autobiografischer Romanverfilmung Crazy des Regisseurs Hans-Christian Schmidt gelang ihm an der Seite Tom Schilling der endgültige Durchbruch als Schauspieler. Für seine darstellerische Leistung in diesem Film erhielt er 2001 den Nachwuchspreis des Bayerischen Filmpreises. Im selben Jahr war er als 17-jähriges Straßenkind, Engel, aus der Kölner Punk-Szene in der Kai-Hermann-Romanverfilmung Engel und Joe und in einer Nebenrolle eines Studenten in der modernen Interpretation von Johanna Spüres Alpensager Heidi zu sehen. 2003 spielte er erneut mit Tom Schilling als Bandmitglied Winster, Apollo Schwabing, in Benjamin Quap-Ex Verschwende deine Jugend, der in der Elektro, New Wave bzw. späten Punk-Szene angesiedelt ist. Im darauf folgenden Jahr stellte er den jungen Ruderer Tobi in dem Jugendfilm Sommersturm da, der sich in seinen besten Freund Achim verliebt, ohne dass seine Gefühle erwidert werden. In Uwe Janssons Drama Per Günd, das das gleichnamige Gedicht von Henrik Ibsen neu interpretiert, übernahm er 2006 an der Seite von Ulrich Mühe und Caroline Herfurt die Titelrolle. Mit dem Episodenfilm Schwarze Schafe folgte im selben Jahr seine dritte Zusammenarbeit mit Tom Schilling in der dritten Folge Die Studenten, in der Stadtlober und Schilling als Berliner Studenten zu sehen sind. 2007 spielte er in dem Filmdrama Freigesprochen, dessen Drehbuch auf dem Theaterstück der jüngste Tag des österreichisch-ungarischen Schriftstellers Ödön von Horvath basiert, in der Rolle des Ferdinand an der Seite von Frank Giering und Lavinia Wilson. Im selben Jahr lehnte er die Hauptrolle in einer Verfilmung über das Leben des Musikers Falco ab, da er sich nicht dazu imstande sah, ein 40-jähriges Leben emotional zu erfassen. In Marco Kreuzpeintners Krabat, einer Verfilmung des Jugendbuchs von Ottfried Preußler, spielte er 2008 die Rolle des Lüschko. In dem Sozialdrama Zarte Parasiten, der 2009 in Venedig vorgestellt wurde und 2010 in den Kinos anlief, verkörperte er die Hauptrolle des Jakob. In dem Märchenfilm Rumpelstilzchen aus der Filmreihe 6 auf einen Streich übernahm er 2009 die Titelrolle. 2010 verkörperte er in dem Kinofilm Kottern ermittelt. Riene VA Plus unter der Regie von Peter Patzak den Assistenten Alfred Schrammel. 2012 war er an der Seite von Otto Sander und Thilo Brückner in Bernd Böhlichs bis zum Horizont, dann links. Als Co-Pilot Mittwoch und in der zweiteiligen deutsch-italienischen Co-Produktion ihr Name war Maria als Hirkanus auf der Kinoleinwand zu sehen. 2018 spielte er in der zweiten Staffel des ZDF-Historien-Mehrteilers Tanbach, Schicksal eines Dorfes die Rolle des in der ersten Staffel von David Simmerschied dargestellten Horst Vöckler, verkörperte in Joachim A. Langs Mäcki Messer, Brechts Drei-Groschen-Film den deutschstämmigen US-amerikanischen Komponisten Kurt Weil und war in der deutsch-tschechischen Produktion Der große Rudolf, einer fiktiven Filmsatire über das Leben des 2005 verstorbenen Modedesigners Rudolf Mooshammer, in einer Doppelrolle der Zwillingsbrüder Dudu und Funky zu sehen. Seit 2017 gehört er als Titus zum Hauptcast der Workplace-Sitcom Das Institut Oase des Scheiterns. Seit 2018 spielt er in der Fernsehserie Das Boot die Rolle des Smooth und leitenden Ingenieur Hinrich Laudrup. Neben seinen Arbeiten in Film und Fernsehen steht er seit 1997 auch auf der Theaterbühne. Sein Debüt gab er auf der Tribüne in Berlin in der Bühneninszenierung Eine ganz normale Familie nach einer Vorlage von Neil Simon. Der Regisseur Nils Daniel Fink besetzte ihn 2003 und 2004 in seinen Bühnenstücken am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Er spielte an der Seite von Nora Tschirner in einer Inszenierung des in der schottischen Drogenszene spielenden Romans Trainspotting von Irvine Welsh in der Hauptrolle des Mark Renten und gab den Romeo in William Shakespeare's Romeo und Julia. 2006 wirkte er am Burgtheater in Wien in Christoph Schlingensiefs Area 7 als Sado Christ Matthäus. Stadlober betätigt sich neben seinen Arbeiten vor der Kamera und auf der Bühne auch als Synchron- und Hörbuchsprecher. Bereits im Alter von elf Jahren sprach er in der amerikanische Filmkomödie Flintstones, Die Familie Feuerstein die Rolle des Bam Bam Geröllheimer ein. 1997 lieh er Josef Marcello in Steven Spielbergs Abenteuerfilm Vergessene Welt – Jurassic Park für die Rolle des Tim Seine Stimme. Von 1997 bis 2001 sprach er bis zur Folge 52 der Zeichentrickserie Disneys Große Pause die Hauptrolle des Theodor Jasper, T.J. Detweiler, Junior. 1999 übernahm er die Sprechrolle des Lucky in der 65-teiligen Zeichentrickserie 101 Dalmatiner. In dem ebenfalls in den Walt Disney Studios entstandenen US-amerikanischen Zeichentrickfilm Der Schatzplanet, einer freien Adaption von Robert Louis Stevenson's Die Schatzinsel, sprach Stadlober 2002 die Hauptrolle des Jim Hawkins, die im Original von Josef Gordon-Levitt gesprochen wird. Musik als Musikinstrument lernte Stadlober zuerst Geige, mit 13 Jahren wechselte er zur Gitarre. 2000 gründete er mit drei Freunden die Indie-Rockband Gary. Zusammen mit Bernhard Kern betreibt er das Independent-Label Zilloo Records und ist Mitglied der Band Escorial Grün. Stadlober singt dort, spielt Gitarre, Mundharmonika und Trompete. Auszeichnungen 2000 – Internationales Filmfestival de las Baleares – Bester Schauspieler 2001 – Bayerischer Filmpreis – Darstellerpreis für Nachwuchsschauspieler 2001 – Diva Award – Darstellerpreis für Nachwuchsschauspieler 2001 – Deutscher Filmpreisnominierung – Bester Schauspieler 2001 – World Film Festival Montreal – Bester Schauspieler 2005 – Undine Award – Bester jugendlicher Hauptdarsteller in einem Kinospielfilm 2007 – Undine Award – Bester jugendlicher Hauptdarsteller in einem Fernsehfilm 2007 – Undine Award – Publikumspreis 2016 – Rolf Marispreis für seine Darstellung des Tomo Peaceful in private Peaceful an den Hamburger Kammerspielen. cells premativen bl environmental bl bl